Ja, hallo, hier ist Rolf in meiner eigenen Küche. Gegenüber ist meine Backstube, hier ist meine Küche. Hier habe ich meine Mammorplatte zum Teig machen und wir machen heute einen Mürbeteig. Auf Französisch heißt das Pat-Prisé. Der soll also sehr knusprig sein, darf nicht elastisch werden nach dem Backen. Eignet sich eigentlich für alles, weil er nicht süß ist und nicht salzig. Es kommt eben nur ein Teelöffel Zucker und eine Prise Salz rein. Man kann davon Kischs machen mit Gemüse, mit Pilzen. In diesem Fall haben wir vor, eine Tarte Tartare zu machen und zwar mit Äpfeln. Tarte Tartare ist eine französische Geschichte, die angeblich von zwei Geschwistern erfunden wurde, von zwei Damen, die versätlich eine Torte falsch rumgebacken haben, haben festgestellt, dass es funktioniert. Nämlich der Teig kommt auf das Obst beim Backen, nicht das Obst auf den Teig, sondern umgekehrt. Und dann wird die Tarte zum Verzehr, dann zum Essen, zum Genuss, wird sie gestürzt. Das machen wir jetzt mal mit dem Teig von Mann. Wir haben 250 Gramm Mehl. Ich habe hier 55er. Zufällig ist es jetzt eins aus Frankreich, weil ich diese Mühle sehr schätze. Die ist ganz in der Nähe hier im Elsass, ein paar Kilometer von hier. Und der Müller ist ein netter Kerl und bei dem hole ich das Mehl. Wir haben die Butter, ein Viertel Butter. Die ist, wie man sieht, leicht erwärmt, damit man die mit der Hand gut kneten kann. Denn wenn sie zu fest ist, lässt sie sich mit dem Teig nicht richtig verkneten. Wir haben unsere Prise Salz und ein Tüffel Zucker, wie gesagt. Wir haben ein Ei. Da lege ich Wert drauf, dass es immer ein Bio-Ei ist. Also es muss vorne eine Null stehen oder am Maximum eine Eins, damit die Qualität auch stimmt. Mehr kann ich nicht kontrollieren. Ich habe etwas Wasser, und zwar Mineralwasser, für den Bedarf, um dem Teig eben die nötige Elastizität zu geben. So, wir legen los. Wir machen das Mehl auf die Arbeitsplatte, machen in der Mitte ein schönes Loch, ein Kleingulkan. Jetzt geben wir da rein das Ei. So, wir geben den Teelöffel Zucker und die Prise Salz dazu. Fangen das an, jetzt dann mit den Händen langsam, ich nehme mal die Butter noch kurz und mache die noch in kleinen Stücke, damit sie sich besser kneten lässt. Wird hier dann alles mit der Hand gemacht. So, jetzt haben wir die Butter, so, dass wir damit arbeiten können. Wir arbeiten das ein bisschen zusammen jetzt, so, ohne dass das Ei nach außen wegläuft. Das ist irgendwie ein uriges Gefühl halt. So, das ist jetzt schon gut vermischt, das sehen wir. Das Ei, dass das ein bisschen da rein geht. So, und jetzt kommt die Butter nach und nach dazu. In zwei Hälften, so. So, lassen wir mal. Und jetzt wird das untergearbeitet wieder. Mit den Fingern einmassieren. Den Teig in die bereits vorhandene Masse. Jetzt nehmen wir die restliche Butter drauf. Jetzt wird das alles wieder nochmal verarbeitet. Und dann sehen wir bei der Konsistenz, ob wir noch ein paar Tropfen Wasser brauchen. Ich lasse jetzt das Eiweiß jetzt dran. Der wird, da kriegt er schon ein paar kleine Bläschen. Der Teig hat ein bisschen eine andere Konsistenz, aber mir gefällt die ganz gut. Aber die französische Urfassung ist eben nur mit dem Eigelb und dann entsprechend ein bisschen mehr Wasser. Also drei bis fünf Minuten muss man den mit der Hand dann schon arbeiten, dass man eine homogene Teigmasse kriegt und eine Kugel dann. Kommt jetzt langsam. Den drückt man dann mit dem Handballen so, zieht den ein bisschen in die Länge und klappt ihn wieder zusammen. Und das zwei, dreimal nur, sonst wird er wirklich zu warm, denn die Hand überträgt ja die Wärme. Eigentlich ist er jetzt fertig. Machen wir das alles schön zusammen. Formen jetzt eine Kugel von dem Teig. So, die kommt jetzt in den Kühlschrank für eine gute halbe Stunde. Während jetzt der Teig ja im Kühlschrank ist und die nötige Konsistenz erhält, dass wir den gut auswählen können, machen wir unsere Äpfel. Die Äpfel habe ich geschält, mit dem Ausstecher die Kerngehäuse rausgestochen. Und jetzt schneide ich meine Äpfel so zu, wie ich sie in der Pfanne danach in der karamellisierten Butter dann mit Karamellmasse reinlege. Dann hier mal zwei Scheiben. Denn die werden ja nicht in mehreren Schichten reingelegt, die Äpfel, sondern es gibt ja nur eine Schicht. Und das mache ich jetzt, ich brauche in der Regel für diese Torte. Hier haben wir unsere Form. Für die brauche ich so vier bis fünf Äpfel. Je nach Größe, aber das sind so alles die Standardgröße. Eigentlich die normale Größe brauchen wir vier bis fünf Stück. Diese Pfanne nehme ich, ich habe den Stiel komplett weg gemacht, weil ich die nur dafür verwende. Denn hier wird ja die Zuckermasse gemacht, die Äpfel kommen rein, Zucker und Butter karamellisierte, die Äpfel kommen rein und bleiben dann drin. Das wird nicht mehr rausgenommen und der Teig wird oben drauf gelegt. Dann so gebacken und am Ende wird die Form umgedreht. Dann geben wir jetzt etwa die gleiche Menge Butter wie Zucker rein. Die Butter und den Zucker dazu etwa die gleiche Menge. Das mache ich so auf dem Handgelenk, das muss nicht ganz genau stimmen. Wichtig ist, dass man das kontrolliert, dass es nicht zu dunkel wird, die Masse. Denn wenn die Karamell zu lange ist und zu dunkel wird, wenn man die zu lange auf der Flamme lässt, dann wird es bitter. Dann schmeckt es nicht mehr. Ich muss die Färbung kontrollieren. Ich habe hier meinen Kochlöffel, mit dem ich die süßen Sachen mache. Den sollte man jetzt nicht für Sauerteig und Braten verwenden, für Bratkuchen, für Schasselig oder was. Denn das schmeckt man dann an den Löffel. Ich mag das nicht, wenn man einen Zuckerkuchlöffel darf nur für Zucker, für Gebäck verwendet werden. Und nicht für Bratwurst zu machen. Das geht nicht. Der riecht dann auch, das Holz nimmt es ja auf. Jetzt kommt das langsam. Die Äpfel, die ich hier genommen habe, das sind Elstar gewesen. Die kommen da sehr gut drauf. Die werden sehr, sehr nett. Sehr angehen im Geschmack. Und haben die nötige Säure auch, damit das Ganze nicht zu pappig süß wird. Als ein Golden Delicious eignet sich nicht dafür. Der ist zu süß. Der Elstar hat mehr Säure als der Delicious und ist dadurch besser geeignet. Denn das ist ja schon relativ süß mit diesem Karamellmasse. Jetzt kommt das dann schon. Und dann gibt es sie gleich mal runter. Das geht dann mit Gas sehr, sehr schnell. Und dadurch, dass der Zucker, das ist ja Rohrzucker, der ist noch nicht raffiniert, der hat ja schon eine eigene Färbung, geht das ja schneller noch. Und es hat wesentlich mehr Geschmack als dieser raffinierte Zucker, den man sonst wendet. Ich würde ja immer Rohrzucker nehmen wollen. Das ist ja eine ganz andere Sache. Jetzt versucht man natürlich, die Äpfel so nett reinzulegen, dass es am Schluss, wenn es rumgedreht wird, ein schöner Eindruck gibt, ein schönes Bild, dass die Torte schick aussieht. Da gibt es wahnsinnige Mais da drin. Ich bin nur allenfalls mittelmaß. Aber ich habe schon tolle Dinger gesehen. Die legen wir jetzt mal so rein. Während die Hitze noch da ist. Aber wenn die warm werden, gehen die ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir doch ein kleines Muster. Das kann man nehmen und füllen diese Lücken noch auf. Hier, dass es schick aussieht. Dadurch, dass ich ja die Äpfel reingebe, geht die Temperatur etwas runter. Das verzögert das Ganze, dann kommt auch kein Stress auf. Denn sonst wird es sehr, sehr schnell heiß und wird dann eventuell zu dunkel. So, so lassen wir das jetzt. Jetzt geben wir noch einen kurzen Moment, dass ihr noch ein bisschen mehr Farbe kriegt unten. Ganz am Ende habe ich ein Bio-Zitrone. Die Schale ist zum Verzehr geeignet. Die steht aber drauf. Sollte man darauf achten. Keine normalen Zitronenfände sind ja gewachsen und irgendwas. Und die habe ich trotzdem etwas gewaschen. Jetzt nehme ich meinen Zisselierer und ziehe die Schale so ab. Und mache die da drauf. Das gibt ja noch ein bisschen einen Pfiff vom Geschmack. Das ist durch das leichte Säure dann. Säure betont ja immer den Fruchtgeschmack von allen Früchten. Ein bisschen mehr Säure, wie beim Wein auch. Wein ohne Säure schmeckt ein bisschen langweilig und pampig. Das riecht nicht gleich. Das duftet jetzt gleich gewaltig los, die Zitrone. Das knallt richtig ab. Obwohl es nur oben drauf liegt. Das macht so fast eine Explosion. Das geht richtig in die Nase rein. So, jetzt der nächste Schritt. Wir holen unseren Teig aus dem Kühlschrank raus. Wenn man den jetzt anfasst, dann merkt man, dass der eine gewisse Festigkeit jetzt wieder hat. Denn vorher mit den Händen ist er ja sehr warm geworden. Aus der Folie raus, auf die Arbeitsplatte, die ich ganz leicht einmäle. Die Arbeitsplatte, das ist normal. Sonst habe ich da ein Problem. Jetzt kommt der Trick. Ich muss ja wissen, wie groß wird denn nun dieser Teig? Und da weiß ich, habe ich an meiner Pfanne Maß genommen. Ganz einfach. Ich nehme diesen Deckel. Das ist der Deckel, der auf diese Pfanne passt. Und damit habe ich ein Maß für meine Teigplatte. In der Mitte mit dem Ding. Und den drehen wir immer. Sonst wird er ja ungleichmäßig. Und immer wieder schauen, dass ein bisschen Mehl drunter ist. Sonst beckt er ja sofort selbst auf dem Marmor an. Immer wieder am Viertel drehen. Dass ich eine gleichmäßige Steige hinkriege. Ich muss sagen, diese Geschichte ist nicht ganz so einfach, wie es sieht ja jetzt auch nicht einfach aus. Ist auch nicht einfach. Das Ding darf ja nicht auseinanderbrechen. Jetzt wähle ich das soweit aus. Dass es einigermaßen rund ist. Das ist also eine sehr dünne Teigmasse dann. Jetzt legen wir den Deckel drauf. Passt. Reicht nur nicht ganz. Deckel drauf. Jetzt nehme ich meinen Teigroller und schneide da an dem Deckel außen rum. Da können wir ein bisschen was einmachen. Das bäckt dann schon zusammen. Jetzt kommt der Trick. Er hebt sich gut ab. Die Teigplatte lässt sich holen. Jetzt muss ich meine Äpfel holen. Und die hier rüber stellen, dass ich die Teigplatte drauf platzieren kann. Hier sieht man gut, dass die Äpfel ein bisschen Saft gelassen haben. Und das hat ja das Ganze etwas verdünnt wieder. Und schau mal, dass ich die unbeschadet da drauf kriege. Die lässt sich jetzt gerade einigermaßen transportieren. Die kommt hier so drauf. Passt in etwa. Das kann man besser machen, aber es ist nicht einfach, besser zu machen. Jetzt nehme ich meine Ränder, die ich abgeschnitten habe, und fülle das hier noch ein bisschen auf. Die Äpfel fast so hermetisch ein bisschen einschließen, dass da nicht zu viel Luft drankommt. Dann werden die auch richtig gegart. Jetzt nehme ich eine Gabel und drücke das ein bisschen an hier so. Damit nicht zu viel Dampf dann entweicht. Bleibt da. So, jetzt ist ja im Prinzip fertig zum Backen. Wir müssen jetzt nur noch eine Minute, zwei warten, bis der Backofen die richtige Temperatur hat. Dann kommt das direkt so rein. So, unsere Tat, die dürfte jetzt fertig seid. Ich habe reingeschaut. Die hat die nötige Farbe, der Teig. Wir machen den Herd aus, lassen das Licht noch an hier. Lassen wir das Ding auch sehen. Backofen auf und da ist sie. Jetzt holen wir das raus. Ist gut heiß alles, das ist klar. So. Dann stellen sie hin. Die lassen wir jetzt ein paar Minuten ruhen. Denn wenn ich sie ganz heiß jetzt stürzen würde, würden die Äpfel eventuell zum Teil wegfallen. Also sie muss ein bisschen warten, bis es leicht abkühlt. Ganz gut ist auch, wenn man dabei etwas drüber deckt. Ein Tuch. Und dann, nach ein paar Minuten, werden wir sie versuchen raus zu stürzen. So. Jetzt können wir mal die Torte angehen, dass wir die raus kriegen. Das ist immer ein kleines Risiko. Garantie gibt es nicht, dass es funktioniert. Ich schüttel sie mal immer so ein bisschen, wenn sie sich da nicht schon bewegt. Versuche ich sie da ein bisschen zu lösen. Die wird jetzt nicht von alleine kommen. Ich muss halt den Rand jetzt hier ein bisschen los machen. Manchmal geht es ganz einfach und ich drehe sie nur ein bisschen und dann dreht sie schon mit. Aber da ich hier ein bisschen nachgebessert habe, hat es einige Sachen ein bisschen rangeklebt. Jetzt probieren wir es nochmal. Hoffentlich klappt es. Ist immer so eine Sache. Ich kriege die dann schon wieder hin. Ganz außenrum. Der Schmack ist fantastisch. Der wird nicht, wenn sie nicht so perfekt rauskommt, schmeckt sie trotzdem genauso gut. Jetzt legen wir das hier drauf. Das ist nicht mehr heiß, das können wir auch so machen. Wir drehen das jetzt drum. Das ist so runtergefallen. Mal gucken, wie es aussieht. Das hat Überraschung. Oh, nicht ganz. Vielleicht war die Karamell doch nicht dunkel genug. Aber wir legen uns das jetzt wieder hin. Schade drum, aber das Design schon zerstört. Wenn wir fünf gemacht hätten, werden zwei der beiden gut sind. Wer das mal probieren will, viel Spaß beim Nachmachen. Es erfordert ein bisschen Übung, aber noch ein paar Mal ist es kein Problem. Da gelingt es und Geschmack ist auf jeden Fall immer auch beim ersten Mal sehr gut. Der kann nicht daneben gehen, wenn man es so macht, wie wir es jetzt gemacht haben. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de